Es gibt bestimmt Ärger. Kennst du das eigentlich schon? Ich ist Antwoord? Ich habe Bock und ich merke, wie ich so ein bisschen in den Modus komme. Jetzt geht es nur noch ums Abspringen. Aber du musst mir helfen, ich weiß nicht, wie ich es machen soll. Jetzt komme ich da wieder rein ins Abspringen. Ist sogar gar nicht schön. Haben wir alles zurück? Haben wir alles. Lass es mal gehen. Ich könnte ja mal übers Rail springen, oder? Ich frage es nur, wohin? Wo rein? In die Treppen? Oder ins Flat? Dass du mit einer Hand so dran packst, dann fährst du ans Rail an, hebst dich hoch und gehst dann in den Grind rein. Dann musst du nicht anspringen. Ich würde gerne meinen Ring ausziehen. Okay. Ich glaube, ich versuche es mal anzuspringen. Wie schnell soll ich denn da fahren? Ich glaube, das ist schon zu schnell. Wobei ich habe nicht mal Schiss. In meinem Kopf denke ich einfach, ich springe es eh nicht aus. Ist das eigentlich ungesund? Wenn man vor dem Ring tragen so einen Abdruck hat, sind... Hey, guck mal. Head on Skate Gs. Das ist wie so ein Abdruck. Nur leider ist der dunkel eingefärbt. Das macht mir ein bisschen Sorgen. Siehst du das auf der Kamera? Sieht aus wie tot. Vielleicht sterbe ich ja jetzt. Das ist ja gerade die ganze Straße rückwärts runtergefahren. Können die Handrail fahren? Das ist schwer. Ein bisschen Schiss. Was heißt ein bisschen? Es ist einfach, fühlt sich so unmöglich an, es anzuspringen. Das ist hart. Ich mach nochmal Skab. Das ist ein fünster Schritt. Das ist ein bisschen Schiss. Du hast die Radon? Oder was hast du? Ich möchte das Radon. Aber ich bin ein bisschen scared, dass du schon mal. Ich bin ein bisschen Schiss. Oh, ich bin ein bisschen Schiss. Oder was hast du? Er sitzt da und sagt, dass du es so schockiert. Hast du Bann? Hast du Bann? Ne doch nicht mehr. Jetzt muss ich nur gucken, dass ich nicht dagegen springe, sondern drauf. Aufs Regel. Ich glaube auch das Loggen ist nicht das Problem oder das Treffen. Sondern nur, dass man es halt einfach macht. Und nicht probiert. Alter, bin ich krass. Ich weiß nicht mehr. Ich dachte, wir machen ein Ur-Bann-Stap. Ich weiß nicht mehr. Wir sind hier in der Palästine. Ja? Ja? Max, ich dachte, du bist jetzt auch noch ein Urbans, und hier und da. Ja? 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 Ah! Fuck, aber was? Kleine Rechts-Links-Schirche. Warte, wir müssen kurz warten. Ich weiß nicht, wo die jetzt hinlaufen. Das macht mich im Glück von nervös. Wenn ich den jetzt einmal schaffen, muss ich den nochmal machen. Muss ich den nochmal schaffen, schaffe ich nicht. Aber die müssen ruhig bleiben. Das ist jetzt nicht das, wofür wir hergekommen sind. Die machen mich ein bisschen nervös dabei. Ich bin ein Autistenkind, ich kann sowas nicht. Oder... Oder... So dreckig zu lachen hinter der Kamera. Ich brauche mich nicht zu raffen, ich bin komplett gerafft. Nee, ihr rafft euch nicht. Springt mir hier vorne im Bild rum. Jetzt geht der schon wieder. Wunderbar! 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 Das Geräusch hat mich gekillt. Das Geräusch hat mich gekillt. Das ist krass, Alter! Fast, fast. Fast. Fast! Fast! Das Bild ist gut. Ich sollte mich als Fotografie sein. Fertig das. So. Es ist nur das letzte Kink noch. Das ist easy, easy, easy. Und dann auf dem Down-Part denke ich mir irgendwie so... Fuck, weg! Schon vor dem letzten... ...Kings, so. Was ist denn der Unterschied zwischen dem Kink... ...dem Kink... ...gibt's da was? So... ...und so... ...und so, was ist das gleiche wie das im Kink... Was ich muss wirklich sagen... ...das ist nervig... ...das ist wie an der FH studieren... ...das schon studieren, aber halt... ...nicht richtig. Hashtag HTWG... ... um Gottes Willen... Scheiße! Nice! Aber ansonsten war der fit, fand ich. War doch nicht durch. Doch, klar. Wie das letzte Schräge bin ich gegappt. Das da! Das mach ich auch nicht, das ist zu kurz. Hä? Wie? Nee! Ich hoffe, ich mach jetzt noch einen. Und dann ist das so wie so ein Vietnam-Flashback. Muscle Memory. Meine Muskeln denken sich, boah, das kenn ich doch. Und dann bleib ich so drin. Und kurz bevor meine Muskeln denken, jetzt geh ich raus, denk ich, nee! Na cool. Das hat der Eugen noch nicht gemacht. Nee. Wenn ich da eigentlich ein Post-it krieg von dem. Warte, jetzt hab ich grad richtig eklig gehustet. Ich trink mal kurz einen Schluck Bananensack. Nee! Das macht mein Ding kaputt. Okay. Ich fahr noch ein paar mal eklig an kurz und dann machen wir noch mal. Oh oh! Wieso geht da die Tür auf, Marc? Jetzt kommen die da, Alter! Marc, Mann! Die verstehen, glaub ich, Autisten nicht. Kann das sein? Nice move! Die geht's, Amigo! Parum! Scheiße! Scheiße! Ja! Das war wegen mir, Mann! Ja! Und ich habe keine Insta-storage. Scheiße! Ein weiterer! Ein weiterer, Mann! Fake it! 3.60. Vor der 3. Ich bin glücklich. Oh, Leute! Oh, Leute! Das war smooth. Los geht's in der Stadt. Ich bin glücklich. Vielen Dank.